Was hat für dich gesprochen, zum FC NG Cottbus zu wechseln? Für mich gesprochen hat, dass ich hier sehr gute Chancen sehe, mich weiterzuentwickeln. Ein sehr gutes Trainerteam habe mit einem sehr guten Torwarttrainer, der mir noch sehr viel beibringen kann. Da gab es dann auch für mich keinen Grund zu zögern. Du bist aus der Nachwuchsschule des VfB Stuttgart, die ist in Deutschland bekannt für sehr, sehr gute Talente. Was war das für eine Förderung dort in Stuttgart, die du genossen hast? Die Torwartausbildung beim VfB ist eine sehr gute Ausbildung. Wir hatten sehr oft unser Einzeltraining, was mir sehr viel gebracht hat, wo ich mich auch sehr gut weiterentwickelt habe. Aber ich hatte nicht nur beim VfB diese gute Torwartschule. Auch in Frankfurt durch den Andreas Menger hatte ich eine sehr gute Ausbildung genossen das letzte Jahr, wo ich mich auch sehr gut weiterentwickelt habe. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch einen weiteren Schritt mache und mich weiterentwicke. referencing es mich auch herauszufinden. Das war er planes automatisch. Das ist einfach mal. Calして im dem Zwischen-PfB. P deficits. Forne pipeline 됐 dale halt